Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie sind ins Greifen-Imperium zurückgekehrt, um ihren König wieder zu erwecken, o Erste des Zirkels Könnt ihr mich nicht einfach Zehir nennen? Ja, Erste des... Zehir Versucht es mit Zehir der Erste, das klingt besser Mal sehen, Makal ist also mit seinen Rebellen und dem Angriff auf Irolan beschäftigt Und er kämpft immer noch gegen die Dämonen So ausgedrückt klingt es fast nach einer guten Nachricht Es ist eine Wir müssen schnell zuschlagen, bevor er reagieren kann Die Armee aufbauen und dann die Untoten zurückwerfen Wir bringen den Silberstätten den Glanz zurück, Maxis Bis zum nächsten Mal UNTERTITELUNG 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 Das war's für heute. Was ist das? Geh! Hey! Das war's für heute. 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 Endlich. Ich bin fertig mit Ausbildung und Studium. Zeit zu handeln.